Ja, moin liebe Freunde von Konohan, willkommen zurück zum letzten, wirklich letzten Part dieser Aufnahme von Let's Play Naruto Ultimate Ninja 3 im Kampf nun gegen den Hokage der fünften Generation gegen Tsunade. Spielerschuss, oh voll, tolle Technik. Ah ja, und übrigens am Rande wünsche ich allen da draußen frohe Weihnachten, denn wir dürften heute, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, dürften wir den 24. Dezember haben, also den heiligen Abend. Ich hoffe, ihr genießt den Tag, vor allem wenn ihr euren Arbeitstag durch habt. Manche müssen ja an dem Tag noch arbeiten. Gut, über Weihnachten müssen auch manche arbeiten, das ist richtig. Aber der Einzelhandel hat da zum Beispiel nicht offen. Alter, die schießt uns quer über die Arena. Jedenfalls frohe Weihnachten euch allen da draußen. Und für die einsamen Seelen unter euch, die nicht mit ihrer Familie feiern können oder mit Freunden oder wie auch immer, da hoffe ich, dass ich mit meinem Parts ein bisschen aushelfen kann, ein bisschen Trost spenden kann oder ein bisschen Freude spenden kann, je nachdem wie man es auslegen möchte. Und auch natürlich an alle anderen. Und wir haben zu nahe besiegt. 44 Punkte kriegen wir für sie, 4 Punkte kriegen alle anderen und 5000. Sannenfähigkeit. Jawohl. Und Naruto Stufe 14. Alter. Das kannst du echt keinem erzählen. Boah. Halleluja. ! Für die hervorragende Unterhaltung, genau. Die halbe Arena wird auseinandergenommen, aber vielen Dank für die hervorragende Unterhaltung. Nee, ist klar. Du hast geheimnisvolle, verschlüsselte Nachricht Nummer 1 erhalten. Okay. Ah ja, stimmt ja, das Reglement. Na, ich bin mal auf ihre Reaktion gespannt. Wisse, das hast du versucht. Oh ho ho ho, ja, susurde ich dir. Oh ho ho. Aber... Oh, ja, das ist so. Wenn du das nur ein paar Stundenstunden hast, dann kommst du dir in die Kaffee los. Praktikum Sokake. Jetzt dreht er völlig durch. Komm, du findest eine viel bessere Naruto. Wir haben nochmal gewollt. Ach, schön. Gut, ich denke mal, jetzt können wir mit dem anderen Mod beginnen. Ja, heute Abend ist es終了. Ich habe疲ert. Oh, hey, hey, Herr Professor. Hm? Was machst du jetzt? Ich kann nicht sehen, aber... Hm, er spielt Hokage. Oh, hey, hey, hey. Was ist das? Na, das ist das Ergebnis. Oh, das ist das Ergebnis. Was? 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 Ja. Tja, so ist das, wenn man Verantwortung übernimmt. Hey, kündige. Ja, schön. Tja, hat er sich ein Eigentor mitgeschossen. Das ist quasi eine Belohnstrafung. Na, was glaubst du wohl, Naruto? Naruto versteht wieder nur Bahnhof, wie immer. Das ist ein Eigentor. 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 Das ist ein Eigentor für euch. Das ist ein Eigentor. 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 Das würde ich vorschlagen. Das ist ein Eigentor. Das ist ein Eigentor. Eigentor. Das ist ein Eigentor. Das ist ein Eigentor. Das ist ein Eigentor. Dazugekommen. Kakashi hatten wir vorher schon. Sasuke. Wo ist ein Anko? Anko ist hier unten. Zusammen mit Kurenai. Okay. Gut. Das haben wir dann auch schon mal gesehen. Und wie gesagt, wir fangen jetzt noch an. So ein bisschen mit dem Story Mode. Geschichte des Helden. Damit fangen wir jetzt an. Das ist die nächste Geschichte. Mit der es losgeht. Mal sehen, ob wir da ein bisschen überziehen müssen, dürfen, können. Wie auch immer. So. Naruto AU6 no hajimari ja. So. 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 Die Welt wird nur ein Schmuck verletzt, die Erde im Körger und ein Stadstoff verletzt. Das soll sich ein Schmuck verletzt werden, und nicht nur ein Schmuck verletzt werden, der nur eine Schmuck der Schmuck verletzt werden kann. Diese Schmuck verletzt wird immer nur einen Schmuck verletzt und hat den Schmuck verletzt. Ich bin der Hokage der Vierter Hokage. Ich bin ungewohnt, den alten Mann jetzt wiederzusehen. Fangen die jetzt von Anfang an nochmal an? So typisch da, Wutro. Das ist nicht wahr, ey. Alter. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Die fand ich komplett von vorne. Oh, Mann, okay. Oh, weia. Oh, man bedenkt, dass Naruto Hokage werden will. Ach, du heiliger. Fangen die jetzt... Ah, okay. Der neunschwänzige Fuchs ist wieder aufgetaucht. Die Legende des vierten Hokage ist enthüllt. Das Überlebenstraining mit Kakashi hat begonnen. Werden sie zu Ninjas? Ach, die haben das jetzt so unterteilt. Das erinnert mich tatsächlich an das Let's Play meiner Ex-Freundin von Kizu Mio. Die hat ja damals One Piece, äh, Let's Play. Das war so ähnlich aufgebaut. Mit Kapitel. Kapitel 1 Überlebenstraining. Dann fangen wir damit doch mal an. Mal sehen, ob wir das schaffen. In der kurzen Zeit, die wir haben. Mal sehen, ob wir das machen. Mal sehen, ob wir das machen. Jetzt dürfen wahrscheinlich alle drei erstmal gegen Kakashi antreten. Ich glaube, hatten wir das im ersten oder im zweiten? Ich glaube, im ersten war das. Im ersten Teil war das mal so. Also dürfen wir jetzt quasi die gesamte Geschichte nochmal neu erleben. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut, muss ich sagen. Gut, dann treten wir Kakashi doch nochmal ein bisschen in den Hintern, was? Oh, er hat noch ein anderes Jutsu. Guck an. Er hat jetzt nämlich gerade nicht das Rasinggang gehabt. Kein Wunder, zu dem Zeitpunkt könnte er es auch noch nicht. Also das haben sie tatsächlich angepasst. Das finde ich gut. Tatsächlich. Das heißt, es gibt mehr als ein Jutsu, das wir unserem Charakter geben können. Schon mal gut zu wissen. Aber das heißt auch, dass wir unsere ultimativen Jutsus anwenden können. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt speichern dürfen. So, das war der erste Kampf. Jetzt gibt's auch Geld. Jetzt gibt's Geld. Okay. Die Straße nach Gehnen. Ja, das ist auch gut. Sehr schön. Die Straße nach Gehnen. Das ist mir übrigens auch schon aufgefallen. Vorhin war das ja zusammengeschrieben. Sonst haben sie immer so einen Bindestrich zwischen. Völlig unbeeindruckt. Du kannst jetzt Kakashi Hataku im ultimativen Weckkampf anpassen. Du hast Anpassungs-Item-Flirt-Paradies erhalten. Ich bin ernsthaft. Was? Das war alles? Okay, dann machen wir das zweite Kapitellöcher daher. Also, da haben sie jetzt jeden einzigen Kampf... Okay. Gut. Ich hab jetzt den Text nicht gelesen. Das tut mir leid. Entschuldigung. Mach ich beim nächsten Mal. Ja, das reicht der Wellen. Das hab ich im Anime aber ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, da können sie nichts für. Alles gut. Oh, das war auch heftig im Anime. Alter. Sasuke wirft sich zwischen. Sasuke... Sasuke... Also, ich muss ja sagen, bei Naruto, beim ersten Anime, da hab ich teilweise gerade bei der Szene im Anime... Gut, da ist es jetzt nicht so gut dargestellt, aber im Anime. Ich hab damals Rotz und Wasser geheult. Echt. Auch als ich das auf DVD gesehen hab. Ich hab ja die DVD-Boxen. Und das war so heftig. Dann auch mit der Musik und das alles. Das war richtig bedrückend, ey. Alter Schwede. Ich glaube, ich hab noch nie in einer Serie so viel geflennt. Äh, was heißt geflennt? Ich hab nicht richtig geheult, aber... Trotzdem... Die Tränen kamen schon so raus, ne? Also, so ist es nicht. Und das fand ich echt krass. Also, das war auch das erste Mal. Also, alter. Das einzige, was mich bei der deutschen Synchro halt gestört hat, oder auch immer noch stört, ist die Zensur. Weil im Deutschen wird niemals das Wort sterben verwendet. Da wird dann irgendwie, ja, besiegen oder sowas in der Richtung. Das wird stattdessen benutzt. Damit sie es eben halt im Fernsehen ausstrahlen können. Also, das ist das erste Mal. Oh, jetzt krieg ich Gänse auf. Kiyomi Naruto! Das Kapitel machen wir noch, dann ist auch Feierabend für heute. Es gibt auch tatsächlich Szenen, und das war auch gerade diese Szene, als der Neunschwänzige sich zum ersten Mal zeigt, der Kyuubi. Da habe ich so Gänsehaut gekriegt, vor allem, wenn die Musik dazu lief. Oh, ich habe so Gänsehaut gekriegt. Alter Schwede, selbst an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich da Gänsehaut haben kann. Ich weiß zu viele Informationen, aber es war echt so. Ich habe so hart Gänsehaut gekriegt. Alter Schwede, das hat Masashi Kishimoto so geil hingekriegt. Alter Schwede. Ja klar, beim Musik hat er ja wahrscheinlich Hilfe, das ist klar. Ihr wisst, wie ich das meine. Die monische Windbombe, Alter, was hast du denn alles? Ich denke mal, dass wir Haku dadurch jetzt auch sogar noch freischalten. Haku hat nämlich ein ganz besonderes Kecke Gänkai damals gehabt, nämlich das Eisversteck. Hat Wind und Wasser quasi kombiniert, also das sind die Standard-Elemente. Und durch seine vererbbare Fähigkeit, das Kecke Gänkai, wurde daraus eben halt das Eisversteck. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es auf Japanisch heißt. Der Neunschwänzige erwacht. The Kyuubi Return. Oder Return of the Kyuubi. Kyuubi hört sich irgendwie schöner an. Genau, aber ist seine Maske kaputt gegangen bei... Er ist aber nicht umgefallen. Haku steht nun im Versus-Duell-Modus zur Verfügung. Wusste ich's doch. Kannst jetzt Haku im ultimativen Werkkampf anpassen. Kannst Anpassung... Hast Anpassungs-Item Jagd-Ninja-Maske erhalten. So. Meine Güte. Schwer zu lesen. Oh ja, jetzt ist schwer zu sprechen. Gut, Kampf mit dem Dämon. Das machen wir aber beim nächsten Mal erst. Gegen Sabuza Momoshi. Kakashi, genau. Stoppe seine Bewegung mit Sharingan, genau. Aber das, liebe Freunde, machen wir erst... Ach, guck mal an. Hier sehen wir sogar die Kapitel. Interessant. Natürlich speichern. Also es sind vier große Kapitel. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, auf jeden Fall, storytechnisch. Ob ich das mit den Items und das alles mache, das weiß ich noch nicht. Noch gar nicht. Da schauen wir mal. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Auch heute wieder. Auch bei dieser Aufnahmesession. Wie gesagt, ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage. Lasst euch reich beschenken. Esst fleißig. Und danach fleißig abnehmen, ist eigentlich gesagt. Das kennt ihr ja, der Prozedere. Was ist eigentlich der Pausenraum? Ach, Minispieler. Okay. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Naruto Ultimate Nr. 3. Dann aber mit der Story, mit der Geschichte des Helden und nicht mit dem ultimativen Wettkampf. Und ich sag nun einfach, euer Lars auf Ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Tschüss. Tschüss. Musik